Schritt Nummer drei wären Dreiklänge und Umkehrungen. Und zwar zunächst mal dreistimmig. Vierstimmig ist auf der Gitarre ein bisschen schwieriger, weil wir nicht so den Umfang haben wie am Klavier. Also würde ich zunächst mal dreistimmig anfangen und zwar nach Seitengruppen. Wir haben sechs Seiten. Das sind die ersten drei in der Seitengruppe. Die nächsten drei, also E, A, D ist eine Seitengruppe und A, D, G und D, G, H und G, H, E ist eine Seitengruppe. Also immer drei. Und dann in die vertikale Richtung und in die horizontale Richtung. Die wären dann zum Beispiel Tonart F. F, A, C ist der Dur-Tor-Erklang. Die erste Umkehrung wäre hier. Die zweite Umkehrung wäre hier. Wieder erste. Gut, das sind also das Seitenpaar D, G, H. Wir nehmen das Seitenpaar drüber, also Höhe in der Tonhöhe. Gleiches Spiel. Erste. Erste Umkehrung. Erste Umkehrung. Zweite Umkehrung. Grundstellung. Erste Umkehrung. Grundstellung. Erste Umkehrung. Zweite Umkehrung. Erste Umkehrung. Hier war das, habe ich dazu gesagt. Nächstes Seitenpaar. Das Seitenpaar drunter wären wir hier bei der zweiten Umkehrung. Grundstellung. Und erste Umkehrung. Und dann das unterste Seitenpaar. Erste Umkehrung. Zwei Umkehrung. Zwei Umkehrung. Zwei Umkehrung. Und Grundstellung. Das ist also horizontal durch Seitengruppen. Und dann vertikal wäre so. So, nächste vertikale wäre hier. Und die letzte vertikale wäre hier. Das wären mal drei Klänge sehr basic. Wie gesagt, das ist jetzt harmonisch. Melodisch gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Die machen wir beim nächsten Mal.